Musik Wird es ein Heimsieg für Werder Bremen? Es geht auf jeden Fall mit Ohren. Die letzten beiden Vergleiche, die Robles gewonnen hat, waren in den Jahren 2016. Und Agiere mit dem 4. Auch Unterschnitt im Aufschlag gewesen sein. Dass Alvaro Roble drängt wird. Er kann sich zurückarbeiten in die Ballwechsel. Er entschuldigt sich hier, holt sich das 11 zu 5. Guter Ball von Agiere. Da hat Marcelo Agiere Glück, wird ihm aber recht sein. Und das ist derzeit. Und da ist dann das 11 zu 6. Es verdient auch, dass man eigentlich noch ein paar Mal erst mal auf den Tisch zurückzuspielen und sich eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. Schön zu sehen, wie Rob... Der wäre fast noch... Das war auch nicht eine Körpergröße, aber dann kann Agiere was machen. Und erstmal kann er hier auf 2 zu 2... Sind wir mal gesp... Sind wir mal gesp... Den ersten nutzt er und er freut sich. Da kommt die energische Faust. Das war nicht wittendlich. Aber das war nicht mehr, aber wir können heute anfangen.